Ey, hallo, helfe. Das ist gut. Jetzt finde ich Hunde toll. Hier ist eine Spinne und die wird aufgefressen von den Hunden. Ja. Warum nicht gleich? Haben wir uns nicht gleich Hunde geholt? So, okay. Hier ist es dort nichts. Und ich habe hier sehr viel Kohle und ein bisschen Gold gefunden. Ja, komm mal mit deiner Diamantspitzhacke. Ich habe keine Diamantspitzhacke. Noch immer. Ich habe auch keine Diamantspitzhacke mehr. Ja. Hattest du eben eine? Ich muss mich erst mal von diesem Stress mit den Hunden erholen. Wisst ihr, was ich interessant an dem Spiel finde? Nein. Ich habe immer noch keinen Plan, aber es macht total Spaß. Mach ich doch. Braucht ihr noch Leben? Äh, ja für den Turm. Scheiße, warum hast du nicht Nein gesagt? Ich habe nämlich kein Leben. Warum fragst du, ob wir noch ein Leben brauchen, wenn du kein Leben hast und kein Leben holen willst? Wenn wir dem jetzt sagen, würde ich sagen, okay, ich würde mich opfern und Leben holen. Lava davon. Ach, Lava nicht. Verstehst du? Ja, ja. Das ist ja wie mit dem Sushi, du. Mhm. Oh, das sieht ja mal schick aus hier mit der Lava. Wieso bin ich denn schon wieder falsch gelaufen? Das können doch nicht beide Richtungen falsch sein. Oh, meine Hunde sind leider auch draufgegangen. Nein, die scheiß Hunde sind hier. Ach, du bist es. Wir sind aber gerade, wir sind gerade ein paar Hunde in der Lava verbrannt. Du, kennst meine Einstellung. Du magst Hunde nicht, ich weiß. Aber ich bin kein Tierquäler. Nein, du doch nicht. Wir hatten früher immer Katzen. Okay, und was ist mit denen passiert? Bis du mit ihnen Bekanntschaft gemacht hast, ne? Ich dachte, besser nicht, wie die eine Katze hieß. Pussy? Muschi? Richtig. Okay, Preisfrage. Von wem ist das? Habt dein Hund? Hm, 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 hm? Keine Ahnung. Hm? Dieter Krebs. Habt dein Hund? Dieter Krebs? Hm, SketchUp. Okay. Da hinten ist ein Haus. In der Wüste? Hm. Wem mag denn das gehören? Ist das vielleicht Bürgermeister Biene? Bin gar nicht in die Luft geflogen. Wundert mich auch. Geil. Ist schön hier, ne? Jetzt kann ich's ja sagen. Das hab ich letzte Woche gemacht. Äh, sicher. Davon können wir ausgehen. Hier ist der Ambos, Alter! Hier ist der Ambos! Was heißt reintun? Ah, okay. Ich hab's. Du gibst mir freiwillig Eisen? Ja. Neh, mit dir los. Ja. Ruhe. Das ist ja mal komm, die irgendwo Diamanten haben. Kriegt das einer mit? Nee, bestimmt nicht. Wenn wir Videos machen. Nein. 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 Bunun. Vielen Dank.